Verpackungen und Fallschachteln kreativ und kinderleicht gestalten mit den Druckvorlagen von Wir Machen Druck. Das ist Marc. Marc gestaltet leidenschaftlich gerne die unterschiedlichsten Druckerzeugnisse und bestellt diese bei Wir Machen Druck. Das ist Marc's beste Freundin, Eva. Eva kocht und backt für ihr Leben gerne und hat in den letzten Monaten angefangen, besondere Spezialitäten über das Internet und auf kulinarischen Veranstaltungen zu verkaufen. Marc möchte Eva dabei gerne unterstützen und ihr richtig schöne Verpackungen liefern, die er extra für sie gestaltet hat. Jetzt haben die beiden ein paar Verpackungen ausgesucht. Allerdings ist Marc total verwirrt, denn egal wie er es faltet, dreht und wendet, er versteht nicht so ganz, wie man die Druckdaten für so komplizierte Formen anlegen muss. Keine Sorge, Marc. Mit den Druckvorlagen von Wir Machen Druck geht das ganz problemlos. Da Marc sich bereits mit dem Anlegen von Druckdaten auskennt und das Erklärvideo zum Thema noch einmal angesehen hat, kann ihn hier nichts aus der Ruhe bringen. Gemäß den Vorgaben auf der Produktseite legt er das Dokument in seinem Layout- oder Grafikprogramm im Datenformat an. Nun lädt er sich die Druckvorlage im gewünschten Format herunter. Die findet er übrigens im unteren Bereich der Druckdatenbeschreibung auf der jeweiligen Produktseite. Die Druckvorlage platziert er nun in seinem Layout- oder Grafikprogramm auf einer separaten Ebene. Jetzt sieht er genau, welche Fläche der Verpackung wo zu finden ist. Jetzt hat Marc den Durchblick und gestaltet die Verpackung genauso, wie Eva es sich wünscht. Natürlich beachtet er dabei ebenfalls, dass er Hintergrundgrafiken, Randabfallen platziert und beachtet den blauen Sicherheitsabstand. Geschafft! Mit ein wenig Erfahrung lassen sich mit den Druckvorlagen die tollsten Verpackungsideen verwirklichen. Und mit ein wenig Übung lässt sich schnell erkennen, wie aus einem Druckbogen eine fertige Verpackung wird. Werden Sie zum Verpackungskünstler und gestalten Sie Ihre eigene edle Verpackung. Wir bedrucken Verpackungen mit Aha-Effekt fürs Schenken, Überraschen und Aufbewahren. Sie allein entscheiden, wie die Verpackung aussehen soll. Ob Kissenverpackungen, Stülpdeckelverpackungen, Falzschachteln, Lunchpakete oder diverse Transportkartons. Bei uns finden Sie die richtige Umhüllung. Marc und Eva sind begeistert von den endlosen Möglichkeiten und von den praktischen Druckvorlagen von Wir machen Druck. Wir machen Druck.de. Sie sparen, wir drucken.